Alter, verliere ich gleich Münzen. Wollen Sie sich nicht testen, Stern? Hm? Du verlierst keine Münzen. Kommt aufs Tausch weg. Okay, leider. Bist du ein Schwein, Alter. Wir haben ja eben schon Pech in dem Spiel. Hallo? Ich hab doch grad auch Pech. Weg den doch! Ach jaaaa! Hab ich doch grad schon gesehen. Du beraubst dich damit durch selber. Ach nö. Die Kasse muss stehen. Die Kasse muss füllen. Komm da auf die Seite der Macht. Oh nein. Ich hasse dich. Was passiert da? Ach ja. Stimmt ja. Nix mit grün. Ja, du springst einfach nur so, ne? Na. Scheiße. Ach komm, spiel. Möchte ich aber nicht. Ja, du willst das nie. Ich springe einfach nur, weil ich keine Bock habe, so lange zu warten. Komm, ey. So, warum 30 auch noch? Ja. Weil du selbst in die Mitte gesprungen bist. Ja, super. Wird ja klasse gemacht hier. Wie viel? Wir haben noch genug Grund, um uns in den Münzen zu holen. Außerdem haben wir die Plizierer da. Und nicht, was du da wolltest. Entweder wird multipliziert oder... Halbiert. Halbiert, ja. Ja. So assig gewesen. Deswegen ist das mit den Prozenten viel besser. Mini-Spiel. Und dann sage ich immer, darf ich da auch mal. Bitchin-Spiel. Kannst du das stellen? Na, ich glaube nicht. Aha. Ach, das ist das. Ach, das? Ja. Das ist eigentlich voll einfach. Konntest du mir auch nicht schon geguckt. Kannst du dir das Geld? Okay, links. Ja. Wäre ich mir die Tippe in die Rechte. Da in der Bisschen, ja. Gegenrechte herz. ünner Все. Oh, deciden die Rechte. Jajaja, okay. Ich habe einmal kurz geblinzelt. Und beim Switchen hab ich kurz geblinzelt, dachte ich so, fuck. Ich bin gar nicht geblinzelnd Nee, jetzt kann ich nicht. Ich kann das. Ich habe ich halt früher oft genug gemachtこの Spiel so. Das muss ja auch irgendwie machen. Jawoll! So, wechsel dich gleich wieder rüber. Dann kriege ich einen Rundgang. Ein Rundenarmeidlich. Neun. Ich bin gleich, aber ich habe ja noch genug Zeit, wenn du es so sammeln. Drei gegen eins. Piranha-Verfolgung. Ach. Wir gegen uns oder wir gegen Team? Wir gegen uns selbst. Das ist nicht mal dasselbe. Wir müssen aufpassen. Die wird wahrscheinlich auch dahin gehen, wo die meisten sind. Ja. Deswegen dürfen wir uns beide eigentlich nicht im Weg springen. Ey, der geht da gar nicht weiter rüber. Ich bin noch wechselt vor. Ich wollte nur extra rüber gehen. Ich wollte euch nicht mitziehen, aber... Nein. Ich bin weggesprungen. Ich bin jetzt 5. Ble-Peach. Wollte bestimmt nur mich abfarmen. Ja. Du 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 du. So jetzt gehör willst du von mir noch Münzen? Nö von mir. Nö, ich bin erster. Ich hab gemalt. ja genau ich weiß ich bausatzei mein arsch damit du wechseln kannst nein ich gebe schon scheren freiwillig ab in diesem spiel nein ich verstehe tausch auf jeden fall ihre sterne keine ich glaube sie spielte da hast du mal glück drinnen ich habe schon mal vorher bevor es auch kommt jetzt weiter runter gesprungen sind ja ich doch da wo die eigentlich langlaufen müssen ja dankeschön ja schön du machst das auch gar nicht du stehst da ist mein zweiter jika hallo Mario ist weg und Peach ist weg jetzt muss nur noch einer von uns beide weg und ich bin das nicht, vergiss es leeeck leeeck arsch kannst du mir nicht mehr verschieben ich bin so dämlich, warum renst du da runter? ich wollte dich runterschuppen oder dir im weg stehen ja, hast aber nicht geschafft ja, und als ich runtergegangen bist du auf meinen Kopf gesprungen, du Sau ja, bin rübergeglitscht, hast aber gesehen yes bin da nur rübergeglitscht über deinen Kopf haha, ihr spielts gerne mit Peach zusammen ich würde sagen, dass du nicht auch auf Rot kommst keine 3 so schön das war ja echt super 1 nein, er kriegt das mal einen Stern cool und folgt mir in der Liga der 2 Sterne ich hab doch keinen Stern doch ich lach zähnlos auf hahaha so mich hab ich Glück gehabt so wo ich stehe, ich stehe ja genau vorm Stein schon, dass du es keine Nüsse zeigen kannst du mir getan oh aber ich kann ja ein Spiel gewinnen du kannst du weißt, als jetzt auf Rot kommt wahrscheinlich, ne das kann sein, das Spiel mit Tau ziehen und dann verlierst du das Spiel mit Tau ziehen oh schade oh doch Tau ziehen hehehehe jetzt kann ich zahlen aber trotzdem küsst du musst du in der Zeit dann erstmal wieder Münzen kriegen schau ich schau ich ne diesmal nicht wie gesagt wie gesagt das geht nicht wenn du mit Computern zusammenspielst da musst du Power 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 nein nein das kannst du wie gesagt hab ich geschmarrt das kannst du vergessen hast du ja auch schon gemerkt als ich Borsa war und gegen dich mit den Computern gespielt das hab ich auch gewonnen das ist halt für Durchhalen da dreh ich da dreh ich aber auch nicht für wenn das 1-2 mir nicht klappt das 1-2 mir nicht klappt wern? k sie 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 s